Musik So meine fast drunken Freunde, heute mal eine Sonderfolge Und zwar eine Map, wie ihr sehen könnt Wir sind nur Steve und Alex Das gibt einen Konvertierungsfehler in der LRN-Welt Auch wo sie uns mal einsehen kann Oder es ist ein Internet für das wissen wir nicht, denn bei ihm werden bei Svensson Mensch die Köpfe angehört Zeit bei mir werden die Köpfe aller angezeigt, also wenn ihr die Köpfe sehen wollt und bei Svensson schaut Schaut mal bei Radbosjärne von einem Sieg auch meine Fässer, die wir ja Also Bis zum Beispiel Game Info ist immer Game Info Und du machst dann Die Wools, ne? Also Game Info Willkommen zu Finde den Button Youtube Ok Wie spielen? Wie soll sie spielen? Einfach nur den Knopf finden Haa, ganz schwierig Die Regeln sind hinter uns Oder ist es wahr? Seine Lieblings Youtuber glaube ich Die Regeln sind erstens Play Peaceful Also spiele friedlich auf Difficult Peaceful Zweitens Ja, hoffe ich Eben Adventure Mode, also dass man das abbauen kann Ja Aber schlagen kann So, ich würde sagen, ähm Map Creator ist Red Gamer Falls, danke auf jeden Fall an dich für die Map Und er sagt noch, wir sollen Spaß haben und dann würde ich mal sagen, wir starten einfach mal Ja, wir müssen zweimal drücken Ja, wir müssen zweimal drücken Press and play Ja, die gleiche ich weiß nicht mehr, wo der Knopf Ja, wo kann der Knopf sein? Entweder hat er den hinter irgendeinem hässlichen Banner versteckt oder auf so'n Kopf versteckt Auf so'n Kopf ist nichts Dann hinter irgendeinem Banner Nein, ich geh einfach mal durch Oh, ich hab ihn Ich hab ihn Jega Hier hinterm Banner Yeezy Soll ich drücken? Ich drück einmal mal Level 2 Jerome Ars Kommst du? Hast du schon eine Spitzsacke bekommen? Ja, ich hab eine Spitzsacke gekriegt Was kann die? Kann Abbauung Quarztreppen Wo ist die Schöne Quarztreppen? Wo ist die Schöne Quarztreppen? Ja, hier, oder? Hier, ne? Ja, hier Kannst du das abbauen? Nee, das müssen alles Blöcke sein Scheiß Wo hat der diesen verschont? Als ob der die hinter einem Banner versteckt hat Das wäre eh wie Ich hab die Ich hab die Ich hab Doch, doch hier Der hat die hinter einem Banner versteckt Guck dir das an Ja Da sehen wir auch schon Ist das auch ein Knopf hinter? Ja Fuck Cool, danke, wenn ich jede Frage Nee, nicht ein Labyrinth Das ist so, dass ich hasse Nee, nicht ernsthaft Und hier oben ist nicht Da ist nur unten das Labyrinth Scheiße, ey Ich glaub so Labyrinth Das sind unsere Lieblingssachen, oder? Ja Hier geht's lang Es geht mal hier lang Es geht mal hier lang Verarschen Ich schaffe der Prinz Die Gase Sackgasse Da ficken, fick ich mit deiner Sackgasse Ich glaub glaub ich eigentlich gerade im Kreis Nee, jetzt soll ich auch nur Sackgasse Shit, ich seh nichts Leute, also wenn ihr nichts seht, tut mir sehr leid, die Map soll anscheinend Nein, man hat Nachtsicht Oder sieht ja mal Minecraft Da ich mal wieder auf die Helligkeit gestellt habe Ja, in der Kampf ist Da war ich schon, da ist kein paar Da doch, da ist der Knopf Du bist blind Ein blindes Huhn bist du Hier Hier Ja, ich seh, ich seh nicht, wo ich hin muss Ich seh ein Schwarzbücher Dann kommt zu mir Ja, äh Dann ich versuchte, die Städte hinzuboxen Du musst in die Richtung reden Noch weiter Jetzt ganz nah an diesen Block da rein Ja, genau Ja, genau Hast du nicht geportet? Genau Monster Als ob die, wir haben doch hier peaceful Ich hab den Knopf und sterbe gleich Ich hab den Knopf gedrückt, das sind alle Monster weg gewesen Ich glaub, das war Absicht Ja, ja, glaub ich auch Nicht ernsthaft Guck mal in dein Inventar Guck mal in dein Inventar Ich hab nix Ich hab auf den Kopf einen Knopf Leute, das ist so hässlich Ich kann nicht platzieren Ich kann nicht platzieren Schütter irgendwie kann platziert werden auf? Nein, das ist ein ganz normaler Knopf Ich glaub schon, dass man... Warte mal, ich geh mal hin Nein, hier ist der hint Use your head No pun intended Mein Spielmodus wurde zu Überlebensmodus geändert Ah Also muss man den Hinweis nehmen, weil er sonst nichts platzieren kann Ja, glaub ich schon Nice, kommst du? Congratulations Thank you for playing Remember to subscribe Gott gesagt, er dank ich natürlich, dass wir über den gespielt haben Ja Ja Ja, und wir sollen dem YouTube-Channel Party Yeah Party 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 Wo bist du? Ich würd sagen, das war's mit der Special-Folge zu dieser Map Was ich fand, das war ein bisschen interessant Man hatte sich so hart in den Level gestackt Das Labyrinth, das fand ich übertrieben Der Rest ging eigentlich, wenn man sich schon denken konnte, dass die Sachen hinter Bannern versteckt wurden Das war nur der Frage dieser Zeit, wie man die Banner abgibt und so Ja, und die Banner war eigentlich relativ cool Und ich werde von euch jetzt ein paar weitere Maps machen, weil unser Internet einfach das beste Internet ist Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal Tschüss